Hallo und herzlich willkommen! In dem folgenden Tutorial wollen wir dir zeigen, wie du mit dem Chord Scale Generator mehr über Tonleitern und Skalen erfahren kannst. Außerdem wollen wir dir zeigen, wie du passende Tonleitern zu einem Akkord oder einer Melodie findest. Wechsel dafür als erstes in die Perspektive Skalen. Um dir eine Tonleiter in den grafischen Sichten anzeigen zu lassen, wähle diese in der Skalensicht aus. Den Grundton der angezeigten Tonleiter kannst du in der Auswahlbox in der Symbolleiste ändern. Eine ausgewählte Tonleiter kannst du dir in verschiedenen grafischen Sichten sowie in verschiedenen Modi anzeigen lassen. Also zum Beispiel auf einem Griffbrett, auf einer Klaviatur oder in Notenschreibweise. Du kannst dir auch einen über die Cursor-Tasten ausgewählten Ausschnitt einer Skala ansehen, in der Box-Sicht oder in der Tab-Sicht. Bei diesen als Skalenblöcke bezeichneten Ausschnitten kannst du zwischen sogenannten Oktavblöcken und Bundblöcken wechseln. Im Moment sind Oktavblöcke ausgewählt, also Ausschnitte einer Skala, welche genau eine Oktave umfassen. In den Bundblock-Modus kannst du über die Benutzervorgaben zu den Skalenblöcken wechseln. Okay, soviel dazu. Im Folgenden möchte ich dir noch kurz zeigen, wie du mithilfe des Chord-Scale-Generators passende Skalen zu einem Akkord oder einer Melodie finden kannst. Ich möchte hierfür einmal die Box-Sicht verwenden. Ich aktiviere den Editiermodus und füge mit Doppelklick einige Noten hinzu. Diese Noten können beispielsweise von einem Akkord oder einer Melodie-Folge stammen. Wenn ich auf den Finde-Skalen-Button klicke, werden in der Skalenergebnisse-Sicht alle Skalen angezeigt, welche mindestens die angegebenen Noten enthalten. Diese Skalen können zum Beispiel die Grundlage für die Erweiterung einer Melodie oder für freie Improvisation darstellen. Die Suche nach passenden Tonleitern geht aber nicht nur über die Box-Sicht. Du kannst die Suche auch über die Tab- oder Noten-Sicht starten. Damit sind wir am Ende dieses Tutorials angelangt. Wir hoffen, dieses Tutorial konnte dir ein wenig veranschaulichen, wie der der Chord-Scale-Generator insbesondere beim Erlernen von Tonleitern weiterhelfen kann. Lade dir doch gleich deine kostenlose Testversion des Chord-Scale-Generators herunter. Bis zum nächsten Mal und viel Spaß beim Musizieren, dein Plug-and-Play-Team.